Willkommen zurück zum nächsten Part mit South Park. So, unsere liebe Freundin hier, Kolge, möchte uns dort treffen beim Spielplatz. Dann wollen wir sie doch auch mal nicht warten lassen. Oh mein Gott, Wieslinge fertig zu machen hat sowas Emanzipatorisches. Ah, ich glaube die kleinen Kämpfe überspringe ich mal für euch. So, unterwegs hatte ich gedacht, wir gehen doch nochmal zur Grundschule. Die Einladung. So, und warum Steppvisite in der Schule? Wegen dem Spind. Tuberdose MK1 Anzug und Tuberdose MK1 Anzugshelmrezept. Wunderbar. Ähm, so. Dann schaut mal, wo es noch weiter geht. Im Community Center hatten wir ja auch noch hier, ähm, das eine Badezimmer. Das können wir mal noch machen. So. Wäre der Strom mal ausgeschaltet. Und wir können einmal das Klo noch benutzen. Go for it. Super Druck. Wunderbar. König des Klos. Wie kommt denn das Plakat? Ich muss es doch auf die Toilette fallen lassen. Einer geht noch rein. Ja, willkommen auf dem Gemeinschaftszentrum. Hotbot Anzug. Und das war's wohl gewesen. So, wo können wir noch hin? Immer noch ein Gemeinschaftszentrum. Da haben wir ja jetzt eine Düse offen. Also, wir gehen jetzt alles durch, was wir machen können. Oh, da auf plant. Oh, wir haben den Kackehaufen zum Explodieren gebracht. Uuuuh. Heidiho! Wann hast du diesen riesigen Scheißhaufen weggeräumt? Ich hab auch dran gearbeitet. Hab's aber nicht geschafft. Hallo. Mr. Code-Klumpen. Du bist da. Ich bin da. Schießen wir ein Foto. Oh ja, schmeiß das Teil an. Mr. Hankey. Sehr gut. Ich glaub, die kleinen Häufchen rufen langsam wieder. Wir sehen uns. Randys Entdarm-Schöpfung. Ein wichtiger... Oh, Gegenstand. Oh, okay. Mal weiter zum nächsten Teil. So, hier unten bei... Babys Haus hat man nämlich auch so ein Ding. Oha, was ist das denn? Ähm... Okay. Eine Karte von... Ja, South Park. Interessant. Da rechts oben geht's nach Kanada. Okay. Einfach nur so schön. Gut. Gehen wir mal noch kurz hoch zu ihr. Okay. Okay. Super, wie du die Schurken aufmischt. Aber lass dich nicht so'n Cartman anspannen. Super, wie du die Schurken aufmischt. Aber lass dich nicht so'n Cartman anspannen. Oh, sie sieht richtig gut aus an dir. Wunderbar. Alles eingekauft, was es Neues gibt. Auf zum nächsten Gebäude. So, beim Haus mit der Gothic-Kindergemeinschaft ist da oben noch ein Bildgewege gewesen. Sam-Kapitulation. Das hatte ich totally übersehen. Gut, auf zum nächsten Gebäude. Und vor Jimmys Garage liegt hier noch eine runde Lava. Leuchtendes Rätsel, Berserkerrad-Rezept. Tele-College. Ähm, Crafting. So. Die Berserkerrad-Kralle. Einmal hergestellt. Apropos, ich glaube schon ein paar Beine. Ah, nur zwei. Okay. Bonus-Verbindung und Gesundheit geht halt extremst drunter. Da sind's mir, glaube ich, drei Punkte nicht wert. Und auf zum nächsten Gebäude. Auf Haus. So, bin gerade aus dem Unblend Parenthood raus. Und hier rein. Aha, der furzende Selbstjustizler. Kannst du mir kurz ein paar Fragen beantworten? Was steht an beim Selbstjustizler? Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Ist das eine, ich denke, Nachstille oder ich habe nichts im Hirn stille? Hm. Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Okay, ich dachte, er wollte reden. Na gut, dann zum nächsten Gebäude. Und da konnten wir nochmal Postfach öffnen. Predator-Streifen-Kostüm. Einkassiert. Damit ist die Post eigentlich fertig. Danke für deinen Einkauf bei D-Mobile. So, hab mir jetzt mal hier dann einen Vertrag geholt. Sieh mal einer an. Was für eine Speicherkapazität. Juhu. Und David war freigeschaltet. Genauso wie ein Scheiß-Artefakt gekauft. Noch ein zufriedener D-Mobile-Kunde. Hm. Die hatten wir glaube ich schon. Aber bei ihr auf dem Boden kann man das hier noch anschalten. Du scheiß hart, was du brauchst. Geiles Ding. Okay. WTF? CBB-Aktenkofferschlüssel. Wichtiger Gegenstand. Ein gesprungener Betrachter. Und Prisma-Auge-Rezept. Prisma-Auge-Rezept. Ihr beprüft dein Team auf Schwachstellen in der Verteidigung und bietet einen geschlechtsneutralen Verbesserungsplan, der ein positives Körpergefühl fordert. Äh, fördert. Na dann. Und das war's noch nicht. Dann der Aktenkoffer, genau. GregBabyzorn, DNA bekommen. Was ist denn ein GregBaby-DNA-Strang? DNS von einem besonders athletischen Exemplar. Ultraputal, hyperschnell und kein Gedanke an die eigene Sicherheit verschwendet. Sorgt für beste Werte auf dem CBB-Handelsblock. Minus 30 Gesundheit, aber plus 50% Hirnschmalz und plus 3 Bewegung. Wow. Finde ich meins momentan besser. So, und dann hätten wir hier die Bank. Das Finanzsystem steht in Flammen. Ha, ha, ha. Hey, was machst du da unten? Ha, ha, ha. Glaubst du vielleicht das Handy? Oh, oh. Nice! Unfair. Du hast ja echt Superkräfte im Arsch. Ich muss weg. Oh, oh. Tja. So ist das, wenn man Superkräfte im Arsch hat. Ein Bild erstmal wieder. Benehmen am Bett. Herrlich, den ganzen Tag die prall gefüllten Bankkunden anderer Leute zu sehen. Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Vorsicht mit deiner Furzkanone. Nicht, dass sie dich für versuchten Raubüberfall drankriegen. Kann ich dir helfen? Ich würd's ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Okay. Ich glaub, hier hatten wir auch schon alles. So, ich hab in dem Laden dann gerade mal noch Zeug zusammengekauft und darunter auch 75 Dollar Blatt gemacht. Ich hab fast keine Rohstoffe mehr, wie man sehen kann. Nekrotischer Kötze aber dafür bekommen. Geschaffen aus Gleich 2 von Randys besten Toilettenkreation um maximalen Würgereiz auszulösen. Ich fand's cool. Ich muss das haben. So, gibt's noch was Neues mit dem Taco? Nach der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster? Willkommen bei Freeman's Tacos. Oh ja, den Schokoladen Rinerito-Rezept. Morgan Freeman's kühner Beitrag für die aufkeimde Wüsten-Burrito-Kategorie ist ihn, um eine neue Zeit Furzkraft zu erhalten. Verdammt. So viel Cola hab ich grad nicht. Das merkt eine Winde in Wallung. Das haben wir den anderen Burrito gekauft. Mal gucken, ob ich noch Geld zusammenkratzen kann. Und gerade so. Sehr, danke sehr. Pass auf dich auf, Superheld. Das sah mir allerdings gerade nach Erinnerungsbären aus, als wären die da drin. Der Takito Grande. Und zwar brauche ich dazu ein seltsames Zeug. Mal gucken, wo ich das Zeug herkriege. So, ähm, da auf dem Weg hab ich dann sonst nichts mehr gefunden. Da oben, die zwei Sachen haben wir ja auch schon gehabt. Dann gehen wir mal auf den Spielplatz, wo wir uns ja auf der Damen-Toilette oder was treffen sollen. Ich lasse euch arroganten das ist das Schlimmste daran, ein Junge zu sein. Eure Klos sind so widerlich. Na, egal. Ich hab ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich hab auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich hab da mal die Instagram-Profile von einem Vergläst. Egal wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle die Mobilfunkanbieter zur Rede. Die hat was verglichen und dann wurde es auf einmal einfach übersprungen. Ja, geil. Auf jeden Fall Mobilfunk. Wir nehmen die Rechte von Hausbesetzern Arzt. Das merkt man am Geruch. Hin. Das ist jetzt blöd. Vielleicht kann ich nochmal kurz laden. So, auf ein neues. Außenseiter. Ich hab auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich hab da mal die Instagram-Profile von einem Vergläst. Egal wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Nö, geil. Ähm, es nimmt einfach ab. Also es gibt irgendeinen Zusammenhang. Dann helfen wir mal, Callgir, den Mobilfunkanbieter zur Rede zu stellen. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Oh, kein neues. Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Dann finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile. Kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebs und die Läge wie Menschen. Äh, ja, ich hab ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und D-Mobile-Nummer bitte! Namen und D-Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsm... Wir sind krasse Menschen, die hier rehran arbeiten. Ich hab einen Vertrag mit diesem 5 Gigabyte Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du rechter Mensch! Magst es unseren Tarif zu schwer? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krammenschen übernommen. Wir haben uns in Tat. Korgel, rennt uns! Komm, bunter Arsch, denen reißen wir die Ärsche auf! Krebsmenschen! Zwingen uns nicht, den Chef zu rufen! Wie schön, mit ihr zusammenzuarbeiten! Gegritterkrebs! Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen! Ihr Doxt! Das dürfte dich ein paar Follower kosten. Na, du die Mobile-Nummer, bitte! Der Wünschschwössling ist zart! Ob Freedom Pearl oder Coon Friends, ich find dich cool. Wenn ich das nur streamen könnte! EMPLOYER OF THE MONTHS, Manager KingCrab. Okay. Spezial erzählen, Sieg den Krebskönig! Wir müssen den Manager ausschalten, bevor sie uns überrennen! Du wirst mich hassen! Die Katze ist aus dem Sack, Arschloch! Die Katze ist aus dem Sack, aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen! Die Kunden brauchen Hilfe! Holy fuck! Die Geldbewertung, die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein! Kaffeein! Brutal! Ich hoffe, du hast deine Fotos gesichert! Der Krebskönig ist der Boss! Schaltet ihn aus! Du schaffst das! Wir brauchen hier mehr Verkaufskräpfe. Hey, Lomatico. Na komm, gibts ihm. Super, dermale Mutation. Ja, du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich hab das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Kragen lief, ruf mich an. Roger in Kambodscha. Pio gefahren, gut. Oh mein Gott. Gedünstete Krippenbeine. Yummy. Unbegrenztes, nochmals Danke für alles, Held. Unbegrenztes HD-Streaming, Video-Voice-Mail. Nochmals Danke für alles, Held. Seit die Krebsmenschen weg sind, hab ich ne Chance, Mitarbeiter des Monats zu werden. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Hallo, Jeff. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Kuhnstagram. Hatte ich schon unser gewaltiges Internetvolumen erwähnt? Ja, da hast du mir ein Leben als Sklave sprechender Krebse erspart. Ja, und das andere Ding hatte ich auch gekauft. Und dementsprechend hab ich unser Bild da schon. Schade. Gut, packen wir's an, Kunde. Erdi. Wunderbar. Hat sich auch so. Hey, Lust auf einen unschlagbares Angebot für einen T-Mobile Explorer mit 20 Megapixel-Kamera. Echt geiles Teil. Glaub ich, lass uns mal da hochfliegen. Wir könnten mit den Polizisten uns da hinten fetteln. Ich glaub's ja nicht. Ah, ich würd da oben hin. Hm, geht anscheinend gar nicht. Oder doch? Ah ja, wunderbar. Ah, ich dachte, man könnte mit ihr vielleicht noch ein Selfie machen. Schade. Dann nehm ich mal kurz, äh, noch den hier raus. Und Käpt'n Diabetes. Warum hat's denn jetzt nicht genommen? Käpt'n Diabetes. Geht doch. Wir können uns nämlich anscheinend mit den, ähm, Polizisten kloppen. Und, äh, da gibt's bestimmt auch einen Titel für. Du hast einen Beamten angegriffen. Du kleiner Krimineller. Säge die korrupten Gops. Den vermitteln zuerst. Ich verlass mich auf dich. Scheiß ein paar Ärsche auf. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Danke fürs Rumstehen wie ein Rehenscheinwerfer. Hehe, verkackt. Oh, verdammt! Ey, was soll denn das? Käpt'n Diabetes ist kampfbereit. Die Diabetes regelt das. Du bist jetzt so, als hätte das richtig wehgetan. Ich bin drin. Okay. Pew, pew! Ah! Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Human-Kai. Alter, kümmer dich um deinen Schein. Raus den Boden! Zeit gehen, was du drauf hast! Hm. 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 Das ist für Scrambles, ihr Bastardel. Das könnte brennen. Ja, die haben überhaupt keine Chance! Drogennase tot. Er sagt, was zum Teufel haben die da vor? Boah. Ja! Ach, die packen, Riezi! Die ist schon von Nudeln, kein! Kleiner Rückschlag! So viel zu Polizisten. Die sind fast, äh, nichts wert. Der ist zumindest hier drin. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste! Er bleibt gemacht ohne Ende. Mit einem kleinen Kist. Mach sie fertig, Wunderarsch! Kuhn-Krallen raus! Ja! Noch ein Feind fällt durch die Macht! Nenn Sie könnten, wir müssen ihr Leben überdenken! Bada-boom! Gop-Gops erledigt! Oculus Schmuckulus bekommen! Gut, ich weiß noch, wo ein paar Polizisten sind. Ich gehe mich mit denen auch mal noch schlagen. Anscheinend kann man hin und wieder auch mal ein Artefakt noch abstauben. Und da kommt noch was bei Kunzat-Kram rein. Kostenlose D-Mobile-Text-Nachricht. Wir haben die Krebs entsorgt und sind zurück im Geschäft. Besuch D-Mobile und profitiere von unglaublichen Angeboten. So, und was auch noch fehlt, war ein Erinnerungsfoto mit unserem Pastor. Vater Maxi! Spielst du auch schön mit den Kindern im Viertel? Mein kleiner Eric findet so gern neue Freunde. Ich übrigens auch. Hör mal, ich habe neue Visitenkarten und ich brauche jemanden, der sie in der Stadt verteilt. Ich gebe nämlich Nachhilfe und nach Hausbesuchen. Geh zuerst ins Kita-Spa. Wenn du es schaffst, Kunden für mich an Land zu ziehen, dann koche ich dir was super Leckeres. Okay, also das ist noch eine Nebenaufgabe, die wir für die Mom von Katten machen sollen. Und die brauchen wir auch, denn es ist mitunter, ähm, ja, für den Encherito. Der ist nämlich optional, habe ich herausgefunden. Und ich hatte gehofft, dass es noch funktioniert und es tut es auch, offensichtlich. Denn normalerweise ist die Quest hier ab Tag 2 schon möglich und Tag 3 hätte eventuell schon wieder nicht möglich sein können. Das Rezept bekomme ich ja erst an Tag 3 allerdings wiederum. Joa, schauen wir mal, äh, wen wir da an Land ziehen können. Hm, vielleicht Geometrie? Klar, du hast mich auf eine heiße Idee für Privatunterricht gebracht. Und Mr. Donovan damit auch noch kassiert. Danke dir. So, nun, äh, noch jemanden? Ach ja, wir sollen sie bei mehreren Männern verteilen. Ah, ja, ich könnte eine kleine Erfrischung gebrauchen. Ich wusste doch, dass mit diesen Leuten von Demobile irgendwas faul ist. Der Fisch stinkt vom Kopf. Hä, Privatunterricht? Ich brauche keinen. Danke. Mrs. Cartman arbeitet wieder. Gut, gut, gut. Ach, das ist immer wieder sehr amüsant. Ich bin der Schnellste in der Stadt. So, und, äh, generell hatte ich ja alles bis auf, äh, mein Haus hier. Da muss ich dann auch noch gleich hin. Wir sehen uns. Pfeilungsweise, einen muss ich nicht. Ich glaube, hier wollte ich mal noch rein, genau. Paladin Butters, dir ist dem. Da haben wir ja seine Sachen jetzt abgeluchst gehabt. Und dementsprechend, äh, konnten wir das jetzt gerade öffnen. Und, äh, wir haben einige Beine gekriegt, aber zu wenige. Schade. Was sieht denn hier drin jetzt allgemein aus? Und da drinnen hat da auch noch was geleuchtet. Da müssen wir auch gleich nochmal hin. Eine Runde nach oben. Ha, hallo. Hast du nicht Hausarrest? Du musst wirklich aufhören, so frech zu Erwachsenen zu sein. Es ist nur zu deinem Besten. Kinder sind wie kleine Tiere und brauchen Disziplin. Sonst werden schlechte Menschen aus ihnen. So you have a gay husband. Matters Vater und ich sind äußerst glücklich. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Ah, ja. Hm. Den kriegen wir noch nicht auf. Ach ja, stimmt. Da brauchen wir eine Fähigkeit mit da oben. Und da ist auch noch irgendwas Touchpad-mäßiges. Yay. Noch ein Stoffballen. Und noch ein Stoffballen. So muss das. Gut, also hier gibt es auf jeden Fall noch irgendwas zu holen. Mit dem ganzen Home Security sieht irgendwie aus, als würden sie umziehen. Vielleicht ist aber auch der Gegenstand hier drinnen. Ah, nee, das ist ein Bildchen. Tweak and Craig, kurz um Armour. Wunderbar. Wunderbar. So haben wir das gerne. Sieht's denn eigentlich hier aus bei ihm? Cartman. Ähm. Ja, das haben wir leergeräumt. Gut, auf zu Cartmans Mom. Die Quester legen wir mal noch. Oh, hast du alle meine Visitenkarten verteilt? Ich habe gerade deine kleine Belohnung fertig gemacht. Hast du dir verdient? Mrs. Cartmans doppelt gefüllte Brownies. Na dann, vielen Dank, Mrs. Cartman. Und hier machen wir Cartman. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao nö! So nah.